hallo und willkommen zu einer runde minecraft nicht minecraft singleplayer auch nicht minecraft badwars sondern minecraft mario party mit da sechs direkte rein so kann es ja weitergehen es ist ein der toxische spiel ich hatte das spiel ich liebe das spiel das ist eine hassliebe paintball ist mittelmäßig weil umso besser man ist so ist mein gefühl um das schlechte wird man umso schlechter man ist umso besser wird man außer natürlich man ist schlecht im sinne von außersehen schlecht dann wird man noch mal schlechter wo ein kill hallo die stil mir alle die kills gottlos gottloses pack ja was ist das denn ich habe leider auch f4 nicht aktiviert man ranzoomen kann hilfe digger oh strong 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 jetzt geht's ab naja so semi erfolgreich das war der zweite kill das war der dritte kill und das war der hat mir nicht klicken na gut ich wollte ihm nicht kriegst gehen bei mir mal ja ja was und zwei seiten gottlos sie meine kills das ist ja naja 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 na das lief schon mal besser aber platz sieben in der mitte wenigstens und jetzt einfach wieder eine 6 na 5 sieht ja so schlecht kann es nicht sein na hier kann man gucken wo man ist da bin ich block hüpfer was ist denn noch mal ich habe das ehe 50 jahre für nicht mehr spielt das kann ich nicht das ist parkour das finde ich doof ich weiß der hat aber eine runde genommen als das neu war nicht gecheckt hat wie das funktioniert da ist mein blog da ist mein blog da ist mein blog da ist mein blog weg und man kann halt digger hä verklickt ok so langsam wird es peinlich machen wir mal den hier und mehr checkpoint man hat und so länger braucht es bis der nächste punkt lädt ja ich wollte schon ich wollte schon los springen na na da war ich auch schon mal besser platz 11 am anfang war es ein bisschen peinlich und wieder eine 5 da gibt es doch mal einen gg von mir wer so ein glück hat na bis jetzt jetzt kann er in die einen sind bestimmt rein na er hat auch eine 5 gewürfelt das ist doch nett krachenflucht na das ist ganz lustig leider kann ich das nicht aber das ist lustig man muss vor dem enderkrachen weglaufen ja ich glaube unten wer oben war da unten lang drehen wäre die bessere entscheidung gewesen aber gut jetzt ist es so das war was stark eingesetzt nein digga das ist doch waren ich habe doch geklickt egal das kann jetzt mal weiter ich mache mal einen cut back in the game what a time to be alive reinsterplatsen das war ein bisschen schlecht weil ich bin ich habe garantiert auf die leertasse geklickt egal wieder eine 5 sagen wir das gg wie gesagt es ist ein sehr unverdientes spiel eklig gemein nicht fair aber manchmal profitiert man davon manchmal eben nicht ein bisschen produktiere ich aber es kann ja noch werden oh heiße kartoffel das ist lustig da geht er direkt aber die map ist kacke da kann man sich gar nicht so gut verstecken bitte nicht mich bitte nicht mich egal wie unnötig ich kämpfe mal ganz frech hier mal schauen ob ich die irgendwann bekomme egal egal das ist jetzt trockig das darf doch nicht egal ich alter fuck mich das ab wie unnötig hier die haben auch aber der konnte zweck rennen denn hier okay ich hoffe der stirbt ja verrecke qualvoll verrecke qualvoll ja so war sein glück oder war das so der twigies ich hoffe nicht los hab ihn dir jawohl aber man ist halt mit kartoffeln immer ein bisschen schneller ne ah jetzt ist man ja 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 das war ein guter hit ah jawohl also auf alle fälle hat nicht der gewann der mich rausgehauen hat das ist ja auch schon mal was fünfter platz ja dreck meine vergangenheit holt mich ein habe ich das gefühl nur platz 1 platz 7 die gottlos kommt bitte nicht paintball ne das hatten wir schon und letztes auch kacke ampel rennen das ist ganz lustig schau mal wer da in den rekorden auftaucht das ist eigentlich das auch search über körper und wird das bin ich na start verkackt ja das wird nicht mehr leider na egal wäre sowieso egal wer hätte es nicht mehr geschafft wer hat zwar aber ein bisschen aber muss man halt alles riskieren und dann dann fällt man zurück naja knapp aber das ist ja egal ob es ist vollkommen egal ob du willst du willst dass das hat wie gesagt jetzt ist eine 6 halb rein keine auswirkung hallo und mir drehen und zum kreis zum beispiel ein mario komm pferde renn das lustig kenne ich nicht kenne ich nicht ich nehme als erster das ziel auf dem andere seite und lasse dich dabei nicht von anderen nicht in die aggroben ziehen also einfach auf die andere seite bekommen okay das habe ich auch noch nicht gespielt wie gesagt aber man kann die anderen auch runter werfen das ist ja scheiße aber bis jetzt schlage ich mich doch hier gar nicht so schlecht ich folge dem mal ha du bist ein toter mensch hä sonst kann ich den nicht schlagen ok da geht er freiwillig runter du wohnsohn aber jetzt habe ich ihn gecatcht naja irgendwie bisher rennen habe ich das gefühl was wurde ich zehnte keine ahnung ja irgendwie so sehr geprügelt haben naja simon du hast du hast du keine freunde oder was warum wer ist simon naja walls wo ist das komisch das ist so dumm also keine ahnung komisch und dumm ich habe mir irgendwann mal sagen lassen wie viele alten blöcke man ist gutes abgebaut aber irgendwie ich mache erstmal drei das sollte reichen ja mehr holz da stützt man eher an seine grenzen hört sich das ähm einmal natürlich ah Dreck ähm den jetzt Schwert ja scheiße wir machen nochmal ein Schild das kann ich aber gleich nachgucken aber erstmal krippe ich mich vernünftig kann nochmal eine Axt das hilft doch immer nochmal weiter digga kack ab ähm okay geil der Rest ist okay man kann anscheinend keine Schilder mehr machen das ist ja lustig mal schauen mal schauen was rauskommt aus dem ganzen bumms jetzt kommen jetzt irgendwelche die da irgendwie dir haben wo also man ah man kann sich anschauen warte mal ich bin auch gelb ne ich bin rot hä warum kann ich nicht schlagen ne ich bin gelb bin ich gelb ja ich bin gelb vermutlich wegen meiner malo cup dachte ich wäre rot naja guck ah weicht weiche satan das heißt einfach nur überleben glaube ich weiche satan oh ja oh der hat mich gerettet ich bin ein friedvoller mensch ich bin der letzte aus meinem team was haben die für eine range er geht doch auf den er ist alleine hören ab jetzt komplett hören ja schade fünfter naja bei pvp ja ganz gut ist zwei grüne ein roter und zwei blaue mal gestanden pikturen muss ich ja eigentlich nur zurückhalten weil er hat ja genug kills also der ist auf alle fälle er hat also noch den vierten kill ah ne blau gewinnt dann ja vierter platz sogar da kann ich nur sagen die die und jetzt bitte auch eine gute zahl aber ich sehe mich schon hier mit der 1 äh ja 5 da war das an aller außer simon wer ist dieser simon hier ist ja auch kein simon doch simon 2 2 2 5 5 äh der war bei mir im team glaube ich den zweiter äh ich ich hatte keine ahnung 2 2 2 da ist das spiel vorbei welcher platz würde ich platz 7 naja war da zwischendurch ein bisschen besser aus aber egal wir sehen uns nächste folge wieder bis dahin tschau tschau